Belgien Spa! Oh ja, und damit! Hallo andererseits und willkommen zurück bei F1 2020! Großer Preis von Belgien in Spa! Wochenende, Reifenaufteilung ausgewogen, jo! Mal gucken, ob uns Jeff diesmal eine Wette-Vorhersage liefert, vor dem freien Training. Nein, vor allem auch vor dem Qualifying. Mal gucken, ob es wieder regnet. Wir hatten in letzter Zeit ganz schön viel Nässe. Nachrichten. Hoher Kontostund Wetter-Vorhersage, ja toll. Guten Morgen, ich würde dir raten, etwas von dem Geld zu nutzen. Ja, wenn wir 15 Millionen haben. Gar kein Regen im Qualifying, gar kein Regen im Rennen, wenn auch stark bewölkt. Zu Beginn des Qualifyings und kurz vor Ende des Rennens. Ach schön, die Wetter-Vorhersage mal wieder zu haben. Der F- und E-Baum. So sieht's aktuell aus, der Verlauf. Und wir gehen nochmal kurz einfach der Vollständigkeit halber ins Detail. Letzter Platz für Jaguar. Dritter Platz für Jaguar. Mercedes auf der 1. Dritter Platz für Jaguar. Mercedes auf der 1. Jaguar auf der 1. Mercedes auf der 2. Ein Aeromonster haben wir. Und das ist auch gut so. Bö, 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 bö. Sehr wahrscheinlich werden wir praktisch gar kein Qualifying mit Sinn dahinter haben. Im Sinne von, wir werden im Rennen womöglich einfach einen schlechten Startplatz in Kauf nehmen, damit wir neue Teile bestellen können. Aber da gucke ich jetzt gleich mal nach, wie es denn gerade aussieht. Aber bevor ich dann zum Beispiel in Suzuka oder in Sao Paulo oder ganz gegen Ende in Abu Dhabi dann mit uralten Teilen rumgammel oder eben da wechseln muss, je nachdem, dann wäre es halt kacke, wenn ich die Chance hier nicht genutzt hätte, weil hier kann man das am einfachsten kompensieren mit den neuen Teilen und mit eben Startplatzstrafen. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Es wird gar nicht mehr aufhören, es wird sogar noch stärker regnen im ersten freien Training. Okay, weiß ich Bescheid, T2 trocken, T3 ebenso. Teamziele, schnell gucken. Keine Autoeinstellungen. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Kurz nach Reifen geguckt. Wir müssen gleich schnell rausfahren, fünfeinhalb Zehntel. Jawohl, auch fünfeinhalb Zehntel, so muss das. Wobei, in Q2 wird es nicht so wichtig sein. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus, die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Eben, weil wir eben sehr wahrscheinlich sowieso von ganz hinten starten müssen. Insgeheim freue ich mich aber auch schon darauf, weil so können wir halt einige Bäume erleben, indem wir durchs Feld fliegen. Der Autopilot fährt noch nicht fahrlich, jetzt darf ich fahren. Also Gas geben durfte ich schon, aber ich durfte noch nicht lenken. Das ist manchmal echt komisch. Manchmal geht beides noch gar nicht, obwohl wir schon längst so ein bisschen hinaus sind. Monaco und Aserbaidschan, da ist es ganz schlimm mit diesen 90 Grad Ausfahrten. Dieses Code Masters. Bei anderen Spielen kann ich sagen, Ubisoft. Wie nicht, ja, als Code Masters, ganz gut vertreten. Oder abseits von Spielen, auf YouTube kann ich ganz gerne YouTube sagen. Ach, YouTube. Oder Google. Aber ich sage immer YouTube. Wenn irgendwas nicht hinhaut. Ja, da in den Rand steht, sollte ich auf jeden Fall meiden. Der Mittelsektor wird unserem Wagen sehr, sehr schmecken. Aber auch die Vollgas-Ecken, weil wir ja einen guten Antrieb haben. Ich sage nur, eine Dreiviertelsekunde gegen Red Bull in Kanada auf der Geraden. Wir waren auch für lange. Und eine halbe Sekunde auf Mercedes. Und beide stehen auf dem Leistungsdatenblatt vor uns. Aber ist ja nur eine Schätzung. Und wir wissen ja nicht, wo die einfach ihren Fokus drauf gelegt haben. Ich habe sie ja nur die Energierückgewinnung verbessert. Oder nur die Treibstoffeffizienz. Keine reine Motorleistung. In Kanada bin ich auch mit sehr wenig Abtrieb gefahren. Wird sehr bericht. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Du näherst dich der DRS-Zone. Oh nein. Halte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. So wie hier gerade noch die Sonne scheint. Kann man kaum glauben, dass es in 15 Minuten regnen soll. Aber hier hinten ist es schon ganz schön dunkel. Ja, die Kurve, wo wir in der Kurve verdammt viel Zeit gewinnen. Aber eingangs eben Zeit verlieren. Gegenüber wäre es streng einfach mal so. Guck mal, ob das noch für Grün reicht in dieser Runde. Jetzt schon zweimal rot, wobei der Rest ist ja lila. Schaut mal nach oben. ganzen Pünktchen und breiteren Pünktchen. Der DRS meine ich damit. Stavlo und Tschüss. Hier ist Fisikela mal böse abgeflogen. Schon zwei Jahrzehnte her. Da hat man den Unterboden dann gesehen. Da noch verkehrt rum lag. War das sogar 2000? Ich glaube, das war 2000. 405 Punkte brauchen wir für Grün. Die haben wir. Dann mal lila angreifen. Du erhältst ein Bestätigkeits-Solos, wenn du mehrere Proven hintereinander meisterst. Aber schneller sitzt die Runde. Noch. 3 kmh schneller. 550 Punkte brauchen wir. Naja. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. 5 Minuten bis zum Regen. 5 Minuten bis zum Regen. Es waren ja gerade noch 15. Wetterbericht. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. 5 Minuten bis zum Regen. 5 Minuten bis zum Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Den richtigen Wetterbericht. Der Regen lässt ein paar Runden auf sich warten, aber er kommt bestimmt. Sei vorsichtig da draußen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Wetterbericht. Das Radar sagt, Wetterveränderung in ungefähr 5 Minuten. Sei wachsam. Trockenreifen passen gerade am besten. Der nächste Rund hat Jeff die Meinung eh geändert. Ich kenne ihn doch. Wobei es jetzt schon düsterer wirkt. Ach ja, eine Meldung, die ich gerade nicht mal, die ist zwar nicht mehr aktuell, aber die ich mitbekommen habe. In Spa sollen in den nächsten Jahren sehr viele Kiesbetten angelegt werden, weil die Motorrad darin hier auch wieder zurückkommen sollen und die Motorradfahrer haben lieber Kiesbett als sortierte Auslaufzone, weil sie auf dem Asphalt, wenn sie hinfallen, einfach splittern und dann relativ ungebremst in die Mauer klatschen und Kies verlangsamt sie. Deswegen wird in Spa demnächst groß, werden groß Kiesbetten eingepflanzt. Das ist eine geile Meldung. Rouge vielleicht wieder mit Kies. Stavlo hinten. Poin fallen. Mal überraschen lassen. Noch kein Rot, aber jetzt kommt gleich eine Kurve. Ich will aber nicht so spät reinbremsen, dann komme ich ja schlicht durch die Kurve durch. Bin froh, wenn wir die Tore hinter uns haben, dann kann ich da wieder fahren, wie ich will. Jetzt haben wir aber ganz schön viel Grün sich durchgehabt. Ist nicht so schön. Hier ist ganz besonders diesig. Ich hoffe, wir können auch die Reifen sparen. Die Reifensparerei fahren. Auf einmal sieht es aus, wie es regnet gleich. Wetter bericht. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa fünf Minuten. Fünf Minuten bis zum Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Da komme ich nix. Ne, Mann. Hier sieht es das aus. Mit Schatten. Wetter bericht. 3,26. So, Schaltlichter, gehen nach links. Modi abgedreht. Werde ich meine Flügeleinstellung für das Rennen ändern? Wenn ich weiß, ich starte eh von ganz hin und muss für überholen. Nö, weil wir haben ein tolles Auto auf der Geraden. Und im Rennen gibt es auch noch DS. Und das ist sowieso der Todbringer überhaupt in Spa und auch in Monza. Weil überholen ist auch schon ohne DS sehr gut möglich auf diesen beiden Strecken. Und damit der ist, ist es wirklich absolut lachhaft. Wenn nicht wie in China auf der Langgeraden. Auf dem Shanghai International Circuit. Boxenstopp. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Update, beste Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Komm, Jeff, erzähle, ich will noch mehr Fragen. Die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 47,5. Fahrer vor mir, will ich noch wissen. Oh Mann, Jeff. 47,5. Letzte Saison war die Bestzeit einer. 1,54. Autoeinstellung brauchen wir nicht. Mal gucken, ob jetzt gleich eine Wetterwarnung kommt. So, das muss ich die Reifen ja sowieso abgeben. Ich führ raus. Fertig, bereit. Dann los. Und danach gucke ich mal nach den Teilen, die wir gerade so noch haben. Sechs Entscheidungen, was machen wir? Strafplätze in Kauf nehmen oder nicht? Geht mir das ja schon. So eine Runde ist aber lang, da kann es in den nächsten 2 Minuten regnen. Und dann sind wir gerade auf der nächsten Runde. Letzter Bericht. Noch 10 Minuten, bis der Regen aufhört, schneller zu werden. Bleib wachsam. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Letzter Bericht. Das Wetter wird sich für mindestens 10 Minuten weiter verschlechtern. Trockenreifen war es gerade am besten. Jetzt sind wir auch auf der Linse entropfen. Wenn das schon nicht schon eine Runde wäre, dann wäre es vielleicht noch zu schaffen. In anderthalb Minuten sieht es vielleicht schon ganz schön blöd aus mit dem Trockenreifen. Mal gucken. Da läuft die Suppe schon. Auch von rechts nach links. Noch 10 Minuten, bis der Regen aufhört, schlimmer zu werden. Bleib wachsam. Bis der aufhört, schlimmer zu werden. Das sieht man auch nicht oft von Jeff. Wie oft haben wir das vor diesem Rennwochenende gehört? Womöglich nix, aber die Reifen verschwenden wir so oder so nicht. Insofern probieren. Oh Gott, die sind schon rutschig. Wir haben gerade ausfahren, sparen wir Reifen. Wie geht das denn? Weil generell nicht so viel Radsturz. Dann legen die Reifen mit der Auflagefläche einfach. Passender auf der Strecke. Weil wir mit Radsturz... Mit nach innen geneigten Reifen fahren. Dann ist die Innenseite besonders belastet, aber außen dann besonders nicht. Können die sich ja vielleicht aufheben beim geradeausfahren. Dann sind wir auf dem grünen Zweig. Runtersteuern! Vier Zehntel auf einmal Rückstand, gerade eben noch grüner Zeug. Sieben Zehntel Rückstand. Das wird nix mehr. Na, weiter geht's. Fast schon wie ein Silverstone. Der Zehntel an die Mauer gelenkt. Mit dem Wissen, der Zehntel hält mehr aus als zum Beispiel der Vorneflüge. Boxenstopp. Okay, wir können nicht diese Runde reinholen. So, ist hier noch Vollgas drin. Naja. Jetzt habe ich einen auf Burti gemacht. Wobei, das war weiter vorne. Und da gab es auch noch Kies hier in der Ecke. Auto kaputt, hat niemand gesehen. Geht auch nicht aufs Konto. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Schöner Vorflügel. Wie er fliegt. Wir haben schon ein rotes Symbol da über Mager stehen. Zwecks sehr abgenutzte Motorenteile. Das ist ja interessant. Start ist dem Kollege. Er ist auf Rang 21. Er ist halt Regenscheu. Okay. Drei Tore wären da hinten noch frei für anderthalb Teams. Hm. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viele Tore vorne noch frei sind. Wie viele Garagen. Wie viele da geschlossen sind. Falls man hier mal mit zwölf oder dreizehn Teams an den Start gehen will. Mick hat noch keine Zeit. Drei Sechsenzwanzig hatten wir. Mick? Naja. Jetzt gucke ich mal nach den Teilen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,47,5. Die Trainingsteile, die werden wir noch etwas benutzen können. Und dann haben wir ja noch neue Trainingsteile, die vorletzten hier jeweils. Frisch und frisch und dann hier hinten angegrabbelt. Wir fahren da noch in Monza, Singapur, Russland, Japan, Mexiko, USA, Brasilien, Abu Dhabi, noch 8 drin. Temporadar, 326,4 Kilometer pro Stunde. Wirklich nur 8. Italien, Singapur, Russland, Japan. USA oder Mexiko. Dann USA ist die 6, Brasilien 7 und 8. Ich kann ja mal kurz hier bei meinen Aufzeichnungen gucken. Ich habe ja immer die ganzen Taktiken der letzten Saisons. Da stehen ja auch immer die Strecken, die Länder, wo wir fahren. Moment, 9. Kurve 8. Die Rewaar. Kurve 8. Ich will sicher gehen, dass du mit ihr gut vertraut bist, denn sie fällt beim Einlenken ab. Hier ruinierst du dir schnell eine Bremse oder bist zu schnell und kommst von der Strecke ab. Vor dieser Kurve solltest du viel Respekt haben. Ja, es sind wirklich noch 8 drin. Hm. Was macht man da? Wir sollten eigentlich von dem Teil ausgehen, was am meisten Abnutzung hat. Das ist wie in Mons Melo. Der vordere linke Reifen bestimmt die ganze Strategie. Wenn vorne links tot ist, dann können die Reifen drumherum noch so toll sein. Dann musst du einfach wechseln. Reifen wechseln. Mehr Boxenstops einlegen. Und das Problem ist, die Teile machen es nicht mehr allzu lang. Dann brauchen wir hier was Neues. Allen voran beim Energiespeichern. Und davon haben wir in Summe bloß 4. Hier auch schon bei 53. Und dann haben wir hier 0 und dann eben der 53 und dann schon 11. Damit kommen wir nicht hin. Das wird mir zu knapp. Das Risiko ist mir dann zu groß. Turbola hat das ja auch so eine Sache. Genauso wie die MGUK. Die ja besonders schnell abnutzt bei uns. Das Ding macht es nicht mehr lang. Dann noch 0. Nochmal 0. 38 und 13. Das könnte eben hinkommen. Aber der Energiespeicher. Und nur ein Energiespeicher bestellen. 10 Plätze nach hinten. Oder halt von 11 oder 21 starten. Macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Wenn es blöd kommt, müssen wir noch ein Teil bestellen. Dann sind es trotzdem 20 Plätze. Dann habe ich es verkackt. Ich überlege es mir noch. Aber meine Tendenz geht geradezu. Wir bestellen hier sicherheitshalber neue Teile zwischen Qualifying und Rennen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Perez und Lendo Noles. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Acht Rennen noch. Wir haben zwei auf jeden Fall frische Teile. Außer beim Energiespeicher. Und dann auch angegrabbelt. Etwas leicht. Heißt so ein... Ich sag mal... Ja, wir können ja auch einfach Antriebsstrang sagen. So heißt es ja offiziell. Muss dann... Gute vier an am Wochenenden halten. Sagen wir mal drei... Oh, der Energiespeicher ist halt doof. Ich drücke hier erstmal weiter, bevor ich noch versinke. Die Angegrabbelten sind weg. Mussten ja zwei Reifensätze abgeben. Und zwar die am meisten abgenutzten. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Heißt, wir fahren jetzt Reifenmanagement auf diesen roten und dann das Spritsparen auch nochmal auf diesen roten. Dann passt es wieder. Jetzt darf ich schon fahren. Das linke ich gerade hier. So, hui, hui. Das war voll anders. Wer hat sein Bericht? Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Und ich denke, hoffe, dass wir dann trotzdem noch trotz zum Beispiel Stadtplatz 22 bis auf die 3 fahren werden. Weil der Wagen ist sehr stark und das Überholen fällt hier eben am einfachsten. Von der Hand oder vom Fuß. Letzter Bericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Klang wie etwas Kies da. Hier das rechts war alles mal Kies. Ich hoffe, das wird wieder so sein. Hier links auch mal Kies gewesen. Hier rechts ist noch Kies. Hier links auch, aber hier ist auch neben dem Randstein dicker Teppichstreifen. Gras wäre da besser. Hier ist auch viel Asphalt. Bei Blanchima sowieso. Als Luciano Burte hier damals abgeflogen ist. Da war ein Jahr aber mit dem Spiel. Da ist er erstmal durchs Kiesbett geraucht. Mit einer Asphalt hier dann auch noch Zonne hätte er wohl noch mehr Geschwindigkeit drauf gehabt. Zwar ist beim Kies die Gefahr größer, dass man sich höher schlägt. Aber durchschlagen ist allen vor allem mit der heiligen Klobrille praktisch gar kein Problem, wie ich finde. Zumal es oben den Überrollbügel gibt. Gut, ein Auto kann dann noch einfach, oder einfach eher einfach über die Begrenzung flattern. Trotzdem ist Kies meiner Meinung nach auf jeden Fall besser. 7, 10, Leuchstern, Reifen, Zorlina, aber 7, 10, nur noch 3,5. 4,5. Fast plus minus 0. Zeit in. Fahrgastpassage, Reifen, Reifen, auf jeden Fall Lina. Ich brauche für die Schikane, für die Bankstopp-Schikane etwas Vorsprung. Viertel Sekunde, 3 Zehntel, 3,5. Versprung, ausgebaut, sehr schön. Programm abgeschlossen, gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. 3,5 hatten wir vorhin. So wenig wie möglich, nur Ruhschlenken, allen voran beim Ausgang. 3,5. 3,5. Healer-Schaltlichter verschwinden. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Schnellen. Wer zerbricht. Der Regen. Der Regen. Zwischenrein. Allein jetzt noch mal zwei Sekunden schneller. 47,6 noch. Fahrer vor uns. Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute. 46,2. Böse Kante da links. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. 1,5. 4,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. ist bestimmt für Bernd Mailander. Dann wollen wir gleich mal weitermachen bis hin dann zur Rennstrategie. Oh, der vor uns hat Augenringe. Rotbereifter, Alpha sauber. Dann sind wir bereit, Jeff. Geldbereifter, Wagen aus Feinza. Keiner Lassos, ach ja, Lassos heißt dann auch wieder Kies geben. Lassos und Blanchiment wurden ganz besonders angesprochen, dass es da dann wieder Kies geben soll. Als ob wir hier Reifentemperatur generieren müssen. Also Extra Reifentemperatur. Wir sind jetzt schon im Schnitt über 90 Grad auf den Reifen. Und dabei sind wir noch gar nicht viele Kurven gefahren. Na nun schläft die Rennleitung, dann sagt die dir auch. Sagt ihr an der Stelle doch immer was, wenn ich da so drüber fahre. Was die Reifen schon runter haben, rausgefahren, schnell gefahren, reingefahren und gerade wieder beim Rausfahren. Uiuiuiui. Wenn wir mit Rot startet, wird ein hartes Rennen erleben. Vielleicht ist das ja unsere Chance. Letzte Saison hatten wir ein nasses Rennen am Ende. Jetzt sind die Wagen zwar besser, also auch Reifen freundlicher, aber mal gucken. Was geht's? Herumsparen. Ich glaube, aus der Box kommt gerade wieder. Ja. Bitte, lass uns vorbei. Bitte, 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 bitte. Äh. Da innen? Na gut. Die machen es mittlerweile echt gut. Hat dieses Update doch was gebracht. Trotzdem war es mir vorher lieber, das Spiel. Das war schlecht. 7-Sentie-Volllauf, Sprit noch nicht ganz lila. Das war auch schlecht rein. Aber 19-Sentie-Volllauf. Wie schön die Sonne erscheint. Jetzt fast die Sekunde-Volllauf. 1,3. 1,4. 1,6. 1,7. 1,8. 1,9. Und noch schneller als die eigene Rohtreifen-Pestzeit. Jetzt haben die Reifen praktisch sechs Runden drauf rausfahren. Schnell fahren, reinfahren und das Ganze zweimal. Wenn wir die Runde hinter uns gebracht haben. Gucken, was die Reifen hat mir zugleich sagt. So, jetzt sagt sich der Alpha Tauri gleich. Vorbeilassen, vorbeilassen, vorbeilassen. Bitteschön. Wie er uns, so will ihn. Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben. Mit Hilfe der Temperaturtafel deiner MFA. Wir überwachen sowohl die Temperatur im Inneren, als auch auf der Oberfläche. Die besten Leistungen erzielst du, wenn beide im Normalbereich liegen. Die Oberflächentemperatur fluktuiert schneller. Also fahr ein paar Runden mit offener Tafel, damit du ein Gefühl dafür entwickelst, wie sie sich verändert. Mir reicht schon der innere Kern, der äußere Kern. Mir reicht schon die Kerntemperatur, die wir auf dem Weg gerade haben. Wenn man da weiß, was ist zu viel, was zu wenig, dann braucht man die anderen meiner Meinung nach nicht zwingend. Und wenn man weiß, oh, 106 Grad ist jetzt schon sehr grenzwertig, dann weiß man halt Bescheid. Oder Shanghai Start, 20 Grad mit den Regenreifern. Box and Stop. Ja, hier sind ein paar Garagen zu viel und hier sind auch jeweils, ah, schaut mal hier, auch immer eine zu. Weil man den Platz hat, also warum nicht jedem Team mehr Platz geben. 46, 8. Klar, wenn ich daran denke, dass hier auch Langstreckenrennen gefahren werden, wo das Fahrerfeld deutlich größer ist. Da ist die Formel 1 ja mit 10 Teams. 20 Wagen, 22 Wagen oder 24 Wagen auch noch. Mehr ist gut dabei. Strom sparen. Gelbe Reifen. Jawoll. Und rausfahren. Wir haben ja keine Autoeinstellung zu beachten. Der Energiespeicher hat schon ganz viel gelb schraffiert da rechts. Tja, es wäre ja immer schön, wenn wir die Motortemperatur wieder auf dem Lenkrad hätten. ENG. So, da ist jemand in Last Source, den lasse ich auf jeden Fall vorbei. Äh, hinterher ist noch was, kann ich wieder aus der Box? Der ist gerade nicht nach dem Lenkrad, ich glaube, der kommt aus der Box, aber ich fahre jetzt auf der rechten Seite entlang. Sicherheitshalber lasse ich einfach vorbei. In der letzten Saison hatten wir die gelben und die weißen Reifen. Ach, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nur weiß. Und damit haben wir uns ja einen Stop von Trockenreifen zu Trockenreifen gespart. Deswegen sind wir soweit noch vorn gekommen. Ja, da war ja schon klar, dass es regnen soll. Im Rennen. Deshalb muss die Wettervorsage verraten. Der fällt nicht schnell vor uns. Und dann halt die Option freigehalten, mit weißen zu starten. Kommt Dampf ab, Rosalie. Nochmal Strom rausholen. Stöck zu weit innen von meinem Geschmack. 14, der auf der eigenen Basszeit, über eine Sekunde auf die Zielzeit. 14, der auf die Zielzeit. aber das war auf jeden fall ein zeitverlust 2,4 sekunden vorlauf 1,9 auf der eignete Zeit 4,4 sekunden vorlauf wir haben in diesem durchlauf einige exzellente daten erhalten also komm zurück in die garage und ich zeige dir die zahlen jetzt haben wir leichten Wind schaffen zu weit in war ich jetzt zu veranstalten boxenstop fahrer vor mir 3 zehntel vor uns mit reifen die hier 5,5 zehntel schneller sind schnellste runde insgesamt fahrer hinter mir gassi hinter dir ihre beste Rundenzeit beträgt 1,44,7 ja, ferrari sollte für uns kein thema sein aber ich finde es auch schade dass wir nie wirklich einen kampf mit ferrari hatten weil die waren die ganze zeit besser als wir und auf einmal kam ein update da war uns aber mal eine deutlicher spur hinter uns schade schade start das teamkollege er ist auf rang 8 ihre beste Rundenzeit beträgt 1 minuten 45,4 start das konkurrent er ist auf rang 21 ihre beste Rundenzeit wer ist ein 21? das will ich jetzt wissen hamilton? ja start das konkurrent chef er ist auf rang 21 ihre beste Rundenzeit beträgt 1 minuten 45,1 hä? das stimmt aber jetzt nicht wer hat die 45,1 ne, meckert er schon 45,4 hatten wir den Carlos Maas Konkurrent 45,2 ne, 45,1 hatten wir Carlos Maas Konkurrent ich glaube ja, oder? wie viele gibt es denn mit 45,1 sagen wir es, fragen wir mal so ah, ok hm die Cloud Master Styles einfach praktisch jeden, den wir schon mal als Konkurrenten hatten durchgeht der Status Konkurrent aber auch teils, teils weil hinten wurde er angesagt aber die Zeit passt nicht meter drei kilometer drei Sekunden sind wir jetzt schneller Jetzt noch Rennstrategie und Caulaving Tempo dann in T3. Aber erstmal mitgucken. Ah, hat sich schon mal um 2 Zehntel verbessert. Hab nämlich schon Punkt 4 eingetragen. Schöne letzte Ziffern hatte die letzten beiden. Okay. Reifenabnutzung 8%. Interessanter wird es jetzt aber, wie sieht es nach rausfahren, 5 Runden reinfahren aus. Hoffentlich bekomme ich die Rennstrategie richtig gut hin. Im Sinne von... So präsentativ, wie es noch geht. Zwei, die sich in Last House gerade durmieren. Ein Rosana und ein Red Bull. Status Konkurrent. Er ist auf Rang 22. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 45,1. 45,1 und Status zum Kollege. Er ist auf Rang 9. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,2. Merkst du was, Jeff? Ach, Cloud Masters. Ich gucke mittlerweile jeden Tag, ob F1 2020 ein Update bekommen hat. Wenn mir die vielen Fehler, die hier besonders mit der letzten Aktualisierung reingekommen sind, einfach auf den Zeiger gehen. Und die bestehen, die schon lange bestehen. Vielleicht wäre dieser Status Konkurrent. Funkspruch jetzt sowieso kaputt. Unabhängig davon, ob es jetzt eben... ...die letzte Aktualisierung gab oder nicht. Wo fahre ich auf Fett? Hoppala, ich fahre erstmal nicht in die Mauer. Ich lasse die beiden mal vorbei. Sieht echt lahm aus, wie die da an uns vorbeifahren. Der zweite Rosaner hinter uns, der bleibt hinter uns. Ich halte Fuller Source auf Fett. Fuller Source nicht hier schon. Den Schatten will ich nicht, aber ich war an ihm vorbei. Ich hoffe, der macht jetzt einfach Platz. Jawohl. Der hat was zu schnell rein. Reifen machen wir etwas gequietscht, aber nicht geraucht. Zumindest konnte ich nichts wahrnehmen. Das muss nicht heißen, dass es überhaupt nicht geraucht hat. Genau, richtig den Randstand angesteuert, aber eben nicht berührt. Hoppala. Bein Tor. Zwischen rein. Das kann ich hier nicht gut umsetzen. Ich finde hier Schwung durch die Kurve. Die Zierzeit läuft die Gelber auf die Bestzeitrückstand. 1,9 Vorsprung auf die Zierzeit. Die beiden, die ich vorhin vorbeigelassen habe, sind jetzt wieder relativ nah vor uns. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Das war im ersten Sektor. Eine Sekunde gut gemacht. Auf die Zierzeit. Das ist heftig. Fast nur durch geradeaus fahren. Lass du es mal anbremsen. Ansonsten, ja, packe ich nur Vollgas. Mehr rumgerutscht als alles andere. Das war ich jetzt heute außen beim Anfahren. Da war ich jetzt hier weiter in. Komm, wir kommen hier viel besser raus. Geh weg, Rosana. Ich hab dir auch Platz gemacht. Hau ab. Nach Stavlo musst du jetzt Platz machen. Bitte, Dankeschön. Das ist ganz Windschatten. Verfecht die Rottenzeit. Was ist das eigentlich mal als Platz? Sieht nicht so aus. Nein, du bist lahm. Geh weg. Geh weg. Fährt auch mit weißen Reifen, die vier und fünfe und halbzehntel ein Sommer sein sollen. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Jetzt haben wir sogar eine Runde mit Zweikampf drin, was... ...ja, für die Rennstrategie Simulation ja noch gar nicht sicher ist. ...ja, für die Runde ist das abgeliefert. Das war nicht gut. Zu fein, glaube ich. Jetzt sind die beiden Rosinen zusammen. ...ja, für die Runde ist das abgeliefert. Jetzt bin ich da draußen. Wenn da jetzt kein Teppich gewesen wäre, sondern Kies. Autsch. Trotzdem wünsche ich mir da wieder Kies hin. Direkt neben dem Randstein muss der Kies, muss das Kiesbett beginnen. Oder wenigstens Wiese sein und dann Kies. Direkt neben dem Brandstein Kies, ich sag nur Variante della Loggia, ein Monster, wo wir als nächstes fahren werden. Da beim Ausgang, Brandstein, direkt daneben Kies, so gehört sich das. Schon wieder zwei Autos. Jetzt sind wir schon wieder leicht in den Schatten. Redbone da vorne in Heller, in Williams oder? Dann Haas. Noch Streckenkarte in Williams. Also Fino auf dem Rückspiegel. Im Heckflügel stehen. Ungünstig. Nee, wenigstens nicht fett. Vorbeizwitschern. Einfach an beiden vorbeigezwitschert, weil wir es einfach können. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Das war ein Jaguar mit Potenza-Ferrari. Okay. Kann man bestimmt noch etwas italienisch aussprechen. Fahrzeug in. Ah, kacke. Rennen halt irgendwo schläft die noch. Jetzt der Rapper vorbei. Ich glaub die erste Runde war die schnellste. Die erste von den fünf. Jetzt fahr ich jetzt halt in an. Dann hätte ich Geschwindigkeit, weil ich die Kurve zu eng nehme. Mehr Einschlagwinkel. Mehr Lenkrad einschlag. Mehr Lenkrad einschlag. Klingt besser. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. 18 Prozent nach fünf schnellen Runden und Aufwärmrunde. 22 Runden fahren wir hier. Ja, so. Gelb und Weiß wäre sogar, glaub ich, zu konservativ. Nach uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Boxen-Stop. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Startest du, Kollege? Er ist auf Rang 10. Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute 45,2. Startes Konkurrent. Er ist auf Rang 9. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,1. 9,45,1. 9. Immer noch die Science-Zeit. Er hat noch keine einzige 45,1 gefahren. Boxen-Stop in dieser Runde. Boxen-Stop in dieser Runde. Fahrer vor mir So schnell Also gegenüber der Konkurrenz werden wir hier Boxenstrategie-Technik kein Futter haben Sagen wir mal 20% runter bei 6 schnellen Runden Gut, der Wagen wird im Rennen noch schwerer sein Aber gefühlt nutzen wir die Reifen bei der Rennstelle Die gehen mal mehr ab als im wirklichen Rennen 077 Runde 3 war die schnellste Doch nicht Runde 1 Mickzeit hätte ich gern Ach, geblieben, okay 327 hatten wir Mick Schönes Auto 11 kmh hinter uns, aber da war schon einer mit 321 Sachen Der Carlos Der als Statuskonkurrent Bei der Zeit zumindest gezählt wird Schöne Kameraperspektive Helikopter fliegt mit Die Session ist abgeschlossen Also sehen wir uns unsere Top-Reihe noch einmal an Verstappen, Vettel und Valtteri Bottas Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet Dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1 Vielleicht ist der Deutsche auf der 6 Ich hoffe die beiden Jaguar kommen noch nach vorne Also nach aktuellem Stand werden wir zwischen Qualifying und Rennen Neue Teile bestellen, aber erstmal fahren werden Qualifying so gut es geht Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch Also nehmt ihr ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen Und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen Ein schön düster Letzterbericht Im Moment droht kein Regen Die Bedingungen sehen gut aus Trockenreifen passen gerade am besten Wetter bricht Das Radar zeigt keine Störungen Das Wetter sieht im Moment gut aus Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran Jeff Das Wetter bricht Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus Wir erwarten momentan keinen Regen Trockenreifen passen gerade am besten Jeff Der Fahrer vor mir stinkt Oh Der war gut Aber wie Die Antwort einfach Trocken und passend dazu Jeff Der Fahrer vor mir stinkt Das ist Nick So in dem Sinne Okay Konzentration Ich denke mal Wir werden das hier auf die Line bekommen Über zwei Sekunden Vorsprung Bei der Einstellung Ich denke mal Ich denke mal Ich denke mal Ich denke mal Und das Haus war jetzt auch nicht so prickelnd, da dachte ich würde das noch mal gucken. Eingangs verloren, in der Kurve massiv gewonnen, so wie wir die Stille erkennen. Mist zu schneiden. Scheiße. Großer Mist. Das wird nix. Wie war das mit Lila? Okay, der Test ist beendet, aber wir haben leider nicht bekommen, was wir brauchen. Wir müssen noch mal beginnen. Ach man ey, das freut mich gerade. Riccardo. Boxenstopp. Wird zerbricht? Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Und der wirkliche Wetterbericht? Der wirkliche Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Die Bedingungen sehen gut aus. Die Bedingungen sehen gut aus. Die Bedingungen sehen gut aus. Okay, du musst an die Box bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von zwei Runden. Boxenstopp innerhalb dieser Runde. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Wir waren nur eine Zehntel schneller als mit den gelben Reifen. Jetzt mit den roten, obwohl wir Strom und Sprit die ganze Runde über hatten. Und halt Reifen, die 5,5 Zehntel schneller waren. Das war echt dünn. Rot Reifen Best Side ist eine aus der letzten Saison. 45,8. Nun gut, nun gut, nun gut. Tut, tut. Ziel 3 geschätzt find. Das sind 490 von 575 Ressourcenpunkten. Wir werden auf jeden Fall andere Teile im Qualifying drin haben, und zwar die letzten. 290 von 575 Ressourcen. Wenn du während eines Boxenstopps etwas spezielles Wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Vettel, Verstappen und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Mit meinem Qualifying-Tempo war ich jetzt nicht zufrieden. Ansonsten hat es, wie ich finde, schon gepasst. Aber Qualifying-Tempo kann ich ja dann in der nächsten Folge korrigieren. Und mal gucken, was ich jetzt endlich mache. Ich denke mal, so die aktuelle Tendenz. Wir bestellen nach dem Qualifying neue Teile. Aber erstmal werde ich Qualifying fahren. Aber wenn wir ins Q3 kommen sollten, Stand jetzt, werden wir dann, sofern wir dahin kommen, nur einen roten Reifensatz verwenden, damit wir im Rennen dann, falls wir von ganz hinten starten, noch eine Option hätten, mit frischen Reifen zu fahren. Überhaupt eben noch einen mehr in petto zu haben. Aber schauen wir mal, wie das bei der Zeitenjagd wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Und tschüss.